Was koche ich heute bloß schon wieder? Genau, heute mache ich mal asiatisch. Dafür brauche ich kleingeschnittene Karotten, gelbe Paprika, Brokkoli-Röschen, ein wenig kleingeschnitten, Blumenkohl-Röschen verschnitten, eine Handvoll Zwiebeln und Knoblauch. Das Ganze wird ein wenig angegossen mit Wasser und durchgedämpft, Kräutersalz und Sojasauce darf natürlich auch nicht fehlen. Das Ganze andämpfen. Danach Teriyaki-Sauce. Ich gebe da immer die ganze Flasche ran. Dann koche ich jetzt die chinesischen Nudeln und die werden da reingegeben, alles gut durchmischt. Schon ist was ganz, ganz Leckeres. entstanden und zwar innerhalb von ja, vielleicht zehn Minuten. So, ich wünsche dir nun einen guten Appetit. Vielleicht fragst du dich manchmal auch, was koche ich heute bloß schon wieder? du dich hier und dein Kind auf jeden Fall überw sammtitelst. Bis zum nächsten Mal. Ich habe das glut. ich glaube, ich habe das hier. Ich weiß,